Man hat mit etwas anderem gerechnet. Das Publikum ist gekommen, um unterhalten zu werden. Doch der Abend war nie anders als er war. Und dann waren sie da. Die Wiesenschwestern. Sie sind jung, gut und gefährlich. Sie reißen euch in den Baden. Niemand ist vor ihnen sicher. Ausgefallene Arrangements, Choreografien, Witz und Charme. Vom Schlager zu Oktoberfest-Klassiker bis zu Pop, Hip-Hop, Bollywood und Jazz-Products. Die explosive Mischung zwischen guter Schlagermusik und musikalischer Komödie. Stimmenstarken Sänger. Und eine einmalige Oktoberfeststellung. Essenz für Partystimmung. Das einzig Richtige. Das, was getan werden muss. Buchen Sie die Wiesenschwestern. Sie haben keine Einmache wahr. Event Horizon. Fans for Events.